Und ja, wir werden jetzt Verschläge spielen. In Dunkeln. In Dunkeln, hier ist meine Schwester. Sie nimmt auch auf. Und auf jeden Fall, ja, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut verbracht. Und ja, ich auf jeden Fall schon. Und ich würde sagen, es geht los. Mach's Licht aus, du fängst an zu zählen. Ich fäng an zu zählen? Du fängst an zu zählen. Oder? Ich fäng an zu zählen. Ich würde mal sagen, im... Im? Im... Dein Zimmer. Okay, das finde ich schon gut, ne? Ja, ich lau... Mach aus! Nee, ist alles gut. Ja, ich geh gerade auf. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt nochmal nice jetzt. Auf jeden Fall, ähm, hier seht ihr Ford Mustang. Pullover. Ich hab total geil Weihnachten verbracht. Es war schön. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, weil... Na, ich hoffe, ihr habt Spaß. Hier nochmal ein Blick nach draußen. Ich muss ja zählen. Ja, du musst zählen. Eigentlich musst du jetzt zählen, weil ich hab ja eben... Okay, dann zähle ich. Dann zähle ich. Hallo, Laura. So, erstmal noch Fallen abchecken. Gut, hier. Ach, hier. Okay. Tschüss. Bis bald. So. Es geht los, so fangen jetzt an zu zählen. Und bis, ja, 50. Ich sag jetzt nicht, wenn wir zählen, jetzt bis 50 ab oder so. Ich sag einfach... Ein paar Minuten, äh, ich bin fertig. Ja, hier seht ihr unser altes Zimmer. Na, mein altes Zimmer. Ich bin dort über Nacht bei meiner Mutter. Und hier... Weil, ich hab irgendwie... ...Wasserschaden... Aber egal. Auf jeden Fall, ähm, ich komm da! Es geht los. Ich los. Entschuldigung. Und das große Suchen beginnt. Das ist verdammt wenig Sicht, die man hier hat. Ich hab's hier gesehen, aber ich will noch nicht verraten, wo sie ist. Ist sie hier vielleicht? Ne. So, ich geh jetzt hier mal rein in das alte Tobezimmer. Hier sieht es noch ein bisschen verwüstet aus. Von unserer letzten Nerfschlacht. Hier ist eine Falle. Da ist mein altes Auto. Hier ist schon... Alles Mögliche. Da ist ein Camaro. Ein schöner Camaro. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal hier. Oh, guck mal. Guck mal, was da kriecht. Guck mal, was da unter ist. Ey, ich hab auf Ausgedrückt, weißt ich. Also, ich hab mein Display ausgemacht. Gefunden. Und dabei ist es einfach ausgegangen. Guck mal, unsere Nachbarin. Ist die draußen? Ja, ja. Licht aus, Licht aus, Licht aus. Psch, psch. Psch, psch. Ja, das war's auch jetzt halt. Okay, ich suche... Versteck. Nee, ich suche... Versteck. Nee, ich suche... Ich suche... Versteck. Also... Tschüss, ich suche... Versteck. Achso, ja, Heine. 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 Fuzier zu. Oh, ah, ich zieh hier. Wegen aufnehmen. Kann bisschen... Versteck. Versteck. Ich muss jetzt gucken, wo ich mich verstecke. Ich muss jetzt gucken, wo ich mich verstecke. Ich muss jetzt gucken, wo ich mich verstecke. Ganz leise, ganz leise. Verdammt leise. Verdammt leise. Verdammt leise. Ich entdecke mich. Und ja, ich würde sagen, es geht jetzt los. Ihr seht mich jetzt nicht, aber... Es wird gleich dunkel, aber ihr hört mich. Pst. Okay. Ja, wie gesagt, ihr hört mich nicht. Äh, ihr seht mich nicht. Bin ich gut versteckt. Ja, hoff schon. Auf jeden Fall. Es geht los. Man muss ganz leise sein. Ist nicht los. Sie ist gut. Aber sie finden uns nicht. Weil wir zu gut sind. Die labert immer noch. Ich kann jetzt auch nur hören. Ein neutrin. Ich weiß nicht. Ich mag jetzt gehen ran cultura. Ein워ásar. Wie geht es dich? Ein revealer. Die Labe, die Labe, die Labe, die, unglaublich, unglaublich, unser Haus ist groß. Ich habe Angst, ok, wann geht die los? Jetzt? Was ist großartig? Die Labe, die Labe, die Labe, das ist großartig. Und wenn ich, wenn ich die Labe diese Labe, die Labe auf geradeausgelen kann, dann bin ich mein Dank. Kampfelein so Weißt du, wie ich mich hier eingekullert hab? War das jetzt ein Chevrolet? Ja, ein Camero SS. Raus robben! Ja, jetzt immer wieder. Ja, dann hau du mal ab, ne? Warte, was ist das Zimmer, wo ich schlafe? Ne? Ja, ich glaube schon. So, und es geht in 3, 2, 1 los. Und tschüss. Ja, tschüss. Okay. Tschüss.